Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Pokémon Sword & Shield Video. Heute gibt es mal ein kleines besonderes und zwar sprechen wir genau über die neuen Fossilen, die in diesem Spiel eingefügt wurden. Diese sind nämlich komplett anders, als ihr es gewohnt seid, denn mit der neuen Funktion, diese jetzt zu fusionieren, bekommt man nochmal komplett komische und unbekannte Wesen heraus, die wir so noch nie gesehen haben. Also werden wir heute genau besprechen, wo ihr diese ganzen Fossil-Pokémon finden könnt, als auch wie ihr diese ganzen fusionieren könnt. Vergesst auch natürlich auf gar keinen Fall, Freunde, diesen Kanal zu abonnieren, um zukünftige Pokémon Sword & Shield Videos nicht mehr zu verpassen, denn was das angeht, werdet ihr haufenweise Content die nächsten Tage hier auf dem Kanal finden. So, wir alle kennen und lieben ja Fossilien in Pokémon, aber in Pokémon Sword & Shield hat man eben eine sehr große Änderung vorgenommen, die das gesamte System verändert. In zuvorigen Teilen hatten wir immer Fossilien gehabt, die, wenn wir sie wiedererweckt haben, zu einem richtigen Pokémon wurden. Jedoch ist es hier diesmal so, dass es keine Fossilien mehr gibt, die im ganzen Stück vorhanden sind. So müssen wir also verschiedene Oberkörperteile, als auch Unterkörperteile finden und diese kombinieren, um ein komplett neues Pokémon zu erschaffen. Wir können in diesem Teil also nicht wirklich ein richtiges, komplettes, ganzes Fossil wieder zurück ins Leben rufen, sondern müssen eben aus den Teilen, die verblieben sind, das Beste machen. Das sind kurz gesagt die Fossilien im Allgemeinen erklärt, als auch die größte Änderung, was Fossilien angeht, in Pokémon Sword & Shield. Insgesamt gibt es zwei Oberkörperfossilien, als auch zwei Unterkörperfossilien, die sich eben unterschiedlich kombinieren lassen, so dass wir eben vier verschiedene Pokémon daraus bekommen können. Je nachdem, wie er eben diese Teile kombiniert, wie doch das Pokémon aussehen, so dass zum Beispiel der Oberkörper, zusammen mit dem Kopf von diesem einen Pokémon, mit dem Unterkörper, also den Füßen zum Beispiel und der Hüfte des anderen Pokémons fusioniert wird. Und das sieht halt wirklich komplett komisch aus, aber ich kann schon diesen Flair sehen, den manche da spüren. Kommen wir jetzt zu dem knackigen Teil des Videos, was ihr auch alle wissen wollt, und zwar, wo findet man diese Fossilien und wie fusioniert man diese? Also es gibt vier Fossilien, das Vogelfossil, das Fischfossil, das Paddelfossil und das Drachenfossil. Die beste und einfachste Weise, um diese Fossilien zu bekommen, wäre einfach, wenn man sich zu den Buddelbrüdern aufmacht. Diese Buddelbros, die findet man in der Naturzone neben der Pension, wirklich nur 100 bis 200 Meter entfernt. Mit denen kann man sprechen, denen 500 Watt in die Hand drücken und die buddeln dann so lange, bis sie dann endlich ein Fossil finden. Dabei sei natürlich gesagt, sie können hier wirklich alle Fossilien finden, egal ob ihr Schwert oder Schild habt. Da habt ihr keine Exklusivität. Hierbei kommt es wirklich nur auf Glück an. Manchmal buddelt er so lange, dass er ein paar Fossilien findet, manchmal findet er auch keine Fossilien. Aber früher oder später, wenn ihr genug Watt da reinsteckt, werdet ihr alle Fossilien haben, alleine durch die Buddelbrüder. Nebenbei bekommt ihr auch weitere nützliche Items, da er natürlich nach allen möglichen Schätzen buddelt und nicht nur nach Fossilien. Es gibt aber natürlich exklusive Fundorte, was die Fossilien angeht, als Geschenk oder als Item. Das Vogelfossil als auch das Paddelfossil könnt ihr exklusiv ein Schwert finden und dies bekommt ihr in Passback im Pokémon Center von dem Mann links geschenkt. Dieser gibt dir übrigens auch Rat, wie du diese ganzen Fossilien finden kannst, also fusionieren kannst. Das Fischfossil und Drachenfossil findet ihr im Pokémon Schild auf Route 6 in der Nähe des Campingzeltes. Aber wie gesagt, diese Fundorte können euch wirklich egal sein, weil ihr einfach zu den Buddelbrows gehen könnt und die machen das Ganze schon für euch. Ich finde jedenfalls, das ist die beste Variante. Welche Pokémon ihr dann wie bekommt, sage ich euch jetzt. Und zwar hätten wir vier verschiedene Fossil-Pokémon, einmal Lektragon. Dies kommt heraus, wenn man das Vogelfossil mit dem Drachenfossil kombiniert. Dann hätten wir Nykriodon. Dies entsteht, wenn man das Vogelfossil mit dem Paddelfossil kombiniert. Als nächstes dann noch Peskragon. Dafür müsst ihr das Fischfossil und das Drachenfossil kombinieren. Und zu guter Letzt Peskriodon. Um diese zu bekommen, kombiniert ihr das Paddelfossil als auch eben das Fischfossil. Das war's, Freunde. Hier habt ihr schon eure Fossilien. Ich mag es wirklich sehr, was für eine Änderung man hier jetzt eingeführt hat. Ich finde, das erfrischt das Ganze nochmal sehr und sorgt auch für sehr skurrile, witzige Kreationen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Weitere hilfreiche Pokémon-Videos werden auch weiterhin hier auf dem Kanal stattfinden. Also haltet die Augen offen und abonniert definitiv den Kanal, als auch aktiviert die Glocke, damit ihr das nächste Pokémon-Video auch nicht verpasst. Schreibt mir in die Kommentare, was euer Lieblingsfossil von dem vier ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und ich würde nochmal sagen, ciao.